Es ist noch schlimmer für den Gegner, aber da stellen sie sich nur mal hin. Vielleicht stimmt das aber auch gar nicht, weil ein paar schöne Tore haben wir von denen auch bei diesem Turnier schon gesehen. Ich widerspreche mir gern selbst. So, und jetzt gehen wir mal an die Fanmeile in Berlin zum Kollegen Carsten Behrendt. Also ich glaube, ihr könnt mich verstehen, denn hier ist auf der Bühne natürlich noch Musikprogramme gefeiert. Denn heute Abend stand hier wirklich der zwölfte Mann für Deutschland. Und zwar sind hunderttausendfache Ausführungen, das ist die offizielle Besucherzahl, hunderttausend auf der Festweile. Und wir haben hier einen Pannbogatuar in Berlin.